Wir alle sind heute hier, um gemeinsam friedlich bei einem tierfreien Zirkus zu demonstrieren. Wir alle sind heute hier, um gemeinsam zu demonstrieren. Wir alle sind heute hier, um gemeinsam zu demonstrieren. Zirkus und Tiere, das ist doch Tradition. Das gehört doch zusammen. Da denke ich mir immer wieder, Tradition war doch auch nicht von heute auf morgen da. Wir bitten heute durch Verhaltensforschung so viel mehr über Tiere, über dieses soziale Verhalten, was sie haben, hochentwickelt, hochsensibel. Ich danke euch!